Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir überlegt, was der aktuelle Anlass war, der CSU-Fraktion das auf die Tagesordnung zu setzen und habe gedacht, es ist vielleicht eine Aussage des Hauptgeschäftsführers der Handwerkskammer von Schwaben zu Kultusminister Spähnle in der Augsburger Allgemeinen vom 24. Oktober, weil da sagt er, der Vertreter der Handwerkskammer ist seine Alltagserfahrung, ich zitiere, Herr Spähnle ist zu sehr Wissenschaftsminister und zu wenig Berufsschulminister. Die Berufsschulen spielen nur eine bescheidene Rolle. Die Hochschulen sind Prestigeobjekte, die Studenten sind wichtig, die Lehrlinge an der Werkbank sind dagegen außerhalb des Blickes. Das muss sich grundlegend ändern. Wir brauchen beispielsweise auch mehr Lehrer an den Berufsschulen, die ja jetzt auch noch die Flüchtlinge integrieren sollen. Und sein Kollege von der IHK ergänzt, dass jetzt endlich ein Jahrzehnt der beruflichen Bildung in Bayern kommen müssen. Recht haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, recht haben Sie. Ja, das duale Ausbildungssystem in Bayern, in Deutschland ist ein Erfolgsmodell und wir Grünen und ich als ihr bildungspolitischer Sprecher stehen dafür. Duale Ausbildung, das heißt Verantwortung der Betriebe, der Sozialpartner und des Freistaates. Und reden wir über diese Verantwortung des Freistaates. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU-Fraktion, wo sind Ihre Initiativen zur beruflichen Bildung in dieser Legislaturperiode? Wo ist Ihre Zustimmung zu unseren Anträgen, die berufliche Bildung besser zu stellen? Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Berufsschulen sind unterfinanziert seit Jahren. Seit Jahren haben Sie zu Beginn des Schuljahres nicht die 100 Prozent an Grundausstattung, die Sie brauchen, um Ihren Pflichtunterricht zu erfüllen. 93 Prozent Ausstattung der beruflichen Schulen und da sollen Sie Ihre Aufgaben leisten, da sollen Sie zusätzliche Aufgaben leisten. Und deswegen haben wir im Nachtrag beantragt, die beruflichen Schulen besser zu unterstützen und Sie hätten diesem Antrag besser zugestimmt. Und reden wir von dieser gleichen Augenhöhe von akademischer und beruflicher Bildung. Die geht schon im Schulsystem los. Sie haben ja immer noch die Vorstellung, die Mittelschule ist die Schule für die praktisch Begabten, die in die duale Ausbildung gehen. Und die anderen, die gehen aufs Gymnasium, machen die akademische Ausbildung und werden Studierende. Das ist bei einer Situation, wo wir 40 Prozent Gymnasiasten haben und 30 Prozent Mittelschüler absurd und wird auch der Situation in der beruflichen Bildung nicht klar. Handwerker sind Handwerker, aber sie sind vor allem auch Kopfarbeiter. Sie brauchen kognitive Kompetenz. Ganz egal, ob Schreiner, Maurer, Metzgerin oder Schneiderin, sie brauchen Problemlösungskompetenz. Und deswegen ist Aufgabe, Vorbereitung für die berufliche Bildung Aufgabe aller Schularten. Und wenn Sie es als Erfolg verkaufen, dass alle Schulen zur Hochschule führen, dann bitte auch, dass alle Schulen zur dualen Ausbildung führen. Und nicht nur als Scheitern einer gymnasialen Karriere, sondern als Erfolg einer gymnasialen Karriere. Reden wir von den Flüchtlingen. Wieder einmal gehen Mittelschule und Berufsschule voran, wenn es um Integration in dieser Gesellschaft geht. Realschule und Gymnasium hinken hinterher. Ja, wir haben ein gutes Modell in Bayern mit diesen zweijährigen Berufsintegrationsklassen. Wir haben eine Berufsschulpflicht bis 21. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, nur für ein Viertel, ein Drittel der Schülerinnen und Schüler haben wir tatsächlich ein Angebot in der Schule. Und eine Berufsschulpflicht, die vom Staat nicht erfüllt wird, ist eine Scheinlösung. Das ist eine Fata Morgana. Da wird etwas vorgespiegelt, was nicht Wirklichkeit ist. Und deswegen brauchen wir den Ausbau der beruflichen Bildung für die Flüchtlinge. Wenn wir über duale Bildung reden, müssen wir auch über die Berufe reden, die an Berufsfachschulen ausgebildet werden, gerade im Gesundheits- und Pflegebereich. Und müssen überlegen, wie wir diese Berufe neu gestalten. Und wir Grünen überlegen auch durchaus, diese Berufe zu dualisieren, auch dort die duale Ausbildung einzuführen. Und ich finde, wir sollten über diese Dinge hier miteinander reden. Wir Grünen sind für eine zukunftsfähige berufliche Bildung, weil wir wollen gut essen, regional und ökologisch. Wir wollen der Klimakatastrophe trotzen mit gut gedämmten Gebäuden. Wir wollen menschliche Pflege und Service. Und wir sind für individuelle, pragmatische Lösungen. Deshalb brauchen wir Leute, die im dualen System gut ausgebildet sind. Und wir werden die Herausforderungen, die das duale System hat, bei allem Erfolg annehmen. Das ist der Lehrlingsmangel, das ist die demografische Entwicklung, das ist die Digitalisierung, wo wir uns überlegen müssen, wie werden die Berufe aufgestellt, breiter, spezialisierter. Wir werden diese Aufgaben annehmen und wir werden sie im Bayerischen Landtag in der nächsten Zeit mit diesem Thema noch beschäftigen. Ich danke Ihnen.